Deutsche Männer. Wenn deutsche Männer sterben und brav waren, dann kommen sie in den Himmel. Das ist ganz klar. Und da gibt es aber im Himmel zwei Tore. Es gibt ein linkes und ein rechtes Tor. Und vor dem linken ist es silber und rechts ist gold. Und vor dem linken Tor, da müssen alle die Männer durchgehen, die ihr Leben lang unter dem Pantoffel gestanden haben. Und vor dem Tor ist eine lange, 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 lange Schlange. Da stehen sie alle davor. Und auf der anderen Seite steht eigentlich niemand. Dann kommt ein ganz kleines Verhutzelsmanderl, geht schnurstracks aber zu rechten, goldenen Türen, wo niemand ist, stellt sich an. Dann kommt der Petrus zu ihm und sagt, du, du weißt aber schon, wie das ist. Da drüben sind alle Männer, die unter dem Pantoffel gestanden haben. Bist du sicher, dass du vor der richtigen Tür bist? Weißt du das? Ja, das weiß ich schon. Aber meine Frau hat gesagt, die soll mich rechts anstellen. Aber meine Frau hat gesagt, die soll mich rechts anstellen. Aber meine Frau hat gesagt, die soll mich rechts anstellen.